Sie treffen heute zum ersten Mal aufeinander, da dürfen wir gespannt sein. Gefiffen wird das Spiel heute von Daniel Suengasbeyo. Real Madrid mit dem Anstoß, das Spiel läuft. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da reichen mahnende Worte, das Spiel hat ja eben erst begonnen. Barcelona mit dem Angriff. David Silva. Der Pass, stark gemacht. Erster Schuss, erstes Tor. Hoffe für den Gegner, dass sie nicht weiter so effizient auftreten. Hoho, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft, er platziert das Ding gut. Schon nach sechs Minuten der erste Treffer. Das kann gerne so weitergehen. Sauber vom Ball getrennt hier. Touré. Jetzt, ja, ja, Touré. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Touré. Und nun Gazzola. Chance vertan, die Kugel ist weg. Daniel Wess jetzt am Ball. Sandy Gazzola. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und David Silva. Gutes Technik. Gazzola jetzt am Ball. Und da verlieren sie den Ball. Pablo Sarabia. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Santi Gazzola. Barca mag das Ding. Den musst du erst mal so machen. Schlenzer in den Winkel, perfekter Abschluss. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Alessandrini. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Dani Alves. Jetzt Quadrado. Da geht er dazwischen. So, liest so. Wird's jetzt gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. den spielt er steil. Kommt jetzt die Flanke. Gut verteidigt hier. Pablo Sarabia. Nacho Montreal. Nun, David Silva spielt den Ball direkt zurück. Und Santi Gazzola. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. viel versprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Santi Gazzola. Er ist frei. Da kann was draus werden. Klasse gespielt. Rafa. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt gibt's hier die Ecke. Jetzt der Schuss. Und da haben wir jetzt das Tor. Die Ecke kam gut rein und dann fällt das Tor. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers. Eine richtig gute Ecke. 2-1. Hier ist noch alles drin. Jetzt Jajar Touré. Pablo Sarabia. Das macht er gut. Ball bei David Silva. Nun, Ibrahimovic. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ball. Zlatan Ibrahimovic. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da steht die Abwehr sicher. Moutinho am Ball. Das könnte gefährlich werden. Zwei Minuten werden nachgespielt. Da gewinnt er den Zweikampf. Nachdurchschnitt. Die zweite Hälfte ist angepfiffen. Barca führt. Pablo Sarabia. Jaja Touré. Touré. Jetzt David Silva. Fairer Einsatz hier. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Ibrahimovic. 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 Garzola jetzt am Ball. Die passen dem Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine Über... Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Da kann er ihn stoppen. Nacho Monreal. Juan Cuadrado jetzt. André André. Piqué hellwach hat den Ball. Ball im Aus. Abstoß. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nacho Monreal. Und nun David Silva. Den spielt er wieder zurück. Ibrahimovic am Ball. Passiert jetzt was? Klasse Tackling hier. Jetzt Evra. Und da verlieren sie den Ball. Pablo Sarabia. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Zapa Costa. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Ibrahimovic. Zielstrebig Richtung Tor. Abgefangen. Gut gemacht. Das könnte der Gelegenheit werden. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten. Aber sie haben nie aufgegeben. Das Tor zum Ausgleich ganz wichtig. Wahnsinn. Sie haben das Comeback geschafft und gleichen hier tatsächlich noch aus. Was für eine Moral in dieser Mannschaft. Juan Cuadrado jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Das gibt einen Einwurf. Das ist er aufmerksam und hat den Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da haben sie gut gearbeitet, Ball ist draußen. Piqué jetzt am Ball. Paredes. Barcelona mit dem Angriff. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Und jetzt er ja Touré. Defensiv machen sie es gut. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Und jetzt die Real. Fairer Einsatz hier. Eckball für Real Madrid, das könnte eine richtig gute Gelegenheit werden. Und erst mal geklärt. Cosiello. Tolisso. Wir gehen in die heiße Phase, das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Touré. So, natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Zapra Costa. Das sah durchaus sehr vielversprechender aus, aber dann hatte doch der Gegner aufgepasst und den Pass abgefangen. Ja, da hätte was draus werden können. Die Defensive steht, er bleibt am Ball, gut durchgesetzt. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Hier kommt die Nachspielzeit, zwei Minuten gibt's. Vier Tore. David Silva. Vierter Berlin. Vierter Berlin. Vierter Berlin. Vierter Berlin. Vierter Berlin. Feel lace denn gut. Ich komme Blood Gown.